Es ist Freitag, der 11. Dezember. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Das sind von Mucho die Single Layered Touchscreen Gloves. In der Größe M habe ich sie gewählt. Und in dieser Winterkollektion, die machen ja jedes Jahr eine neue Edition, gibt es Silikonnoppen. Die reichen bis zu den Fingerspitzen und führen dazu, dass man flutschige Telefone nicht so oft fallen lässt. Alle Fingerspitzen sind natürlich Touchscreen. Enabled hätte ich was gesagt. Touchscreen aktiv. Das heißt, man kann mit allen Fingern den Touch-Bildschirm vom iPhone bedienen. Die Druckknöpfe sind diesmal magnetisch, das heißt, sie rasten automatisch ein. Und auch die beiden Handschuhe halten aneinander. Das ist kein besonders starker Magnet, aber der linke und rechte Handschuh verlieren sich so weniger. Das hier ist die Größe M. Es gibt drei verschiedene Größen. Das sind aber alles Modelle Stretch-to-Fit. Das heißt, es gibt einen Spielraum. Man muss nicht genau die Größenangabe beachten beim Kauf.